Wir sind bei wunderschönem Wetter hier in Plankstadt. Ich habe den Scheck dabei und den Bluchstrauß. Und an dem Auto erkennen Sie, dass der vierte Straßenpreis im Februar ist. Ich bin so gespannt auf das Gesicht von der Gewinnerin. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt. Hallo, Julian Lenz hier, Deutsche Postkoloterie. Mit Ihrem Los haben wir ja diesmal richtig Glück gehabt. Und zwar richtig Glück. Ich würde sagen, wir ziehen mal zusammen an diesem goldenen Umschlag. Das ist ganz zittrig schon. Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Die Hand zittert. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, danke schön. Es ist echt unglaublich. Ich glaube das nicht. Jetzt gibt es ja verschiedene Straßenpreise. Ja. Und beim vierten Straßenpreis im Monat ist zusätzlich zu dem hier noch eine Kleinigkeit dabei. Die habe ich hier. Nein. Nee. Ist das das Wissen? Ja. Und zu dem Schlüssel gehört natürlich auch ein Auto. Oh mein Gott. Oh Gott. Das gehört jetzt mir. Ja. Für immer. Für so lange, wie du es fahren möchtest. Muss man schon mal einsteigen. Immer neu. Okay. Es ist unglaublich, ein Auto gewonnen zu haben. Ich fass das kaum. Es ist einfach ein Traum. Wirklich. Das darf ich wirklich alles behalten. Nur die Blumen. Und den Scheck. Und das Auto. Mein Auto ist gerade am kaputt gehen. Und ich hatte schon vor mir ein Auto zu kaufen. Und jetzt hat das Schicksal einfach zugeschlagen. Es ist unglaublich. Ich glaube, zwei Monate mache ich jetzt mit. Niemals hätte ich das gedacht. Niemals. Oh mein Gott. Das war mal eine gelungene Überraschung. Wir machen jetzt erstmal eine Probefahrt. Und wer weiß, vielleicht ist die nächste Probefahrt ja mit Ihnen. Viel Glück.